Ja, Hallöchen, meine Lieben, willkommen wieder mal zu einem spontanen Ankündigungsvideo. Und zwar geht es die Kultur... Die beiden tun gar was an. Ich habe gerade mal mit Mahakon geredet. Er meinte, er möchte es erstmal aussetzen wieder. Weil er ja nicht zum Aufnehmen kommt, wegen seiner Ausbildung. Und ich habe das so überlegt. Solange unsere anderen Leutchen noch nicht wieder vollständig da sind und einen Großteil immer mal wieder aussetzen muss, werde ich die Two-Gethers als normale Let's Plays weiterführen von mir selber aus. Ich warte jetzt aber erstmal drauf, was Rick sagt, ob er aufnehmen kann, will, wie auch immer. Wenn nicht, werde ich aufnehmen, weil Markus ist im Moment auch verhindert. Und guck mal, ob Markus Mafa 2 aufnimmt in nächster Zeit. Und wenn, ja, also... Ähm, das habe ich jetzt folgendermaßen eingerichtet. Mafa 2 kommt es Samstag, 20 Uhr. Und das Epic Game Maker Together, was ja momentan Final Fantasy Endless Nova ist, kommt sonntags. Also, das war es, fünf Videos an dem Wochenende. Aber, naja, ihr guckt das ja sowieso. Und nicht alle, denke ich mir mal. Deswegen, ja, aber auch nur halt immer nur so lange, wie die Leute nicht da sind, damit die Spieler auch mal vor Ort kommen. Weil, äh, wir hängen ja schon seit Final Fantasy Endless Nova Length, haben wir denn da schon dran? Auch schon bald ein Jahr, glaube ich, ne? Kann sein. Oder noch länger. Mafa 2 hängen wir auch schon lange dran. Und in Mafa 2 habe ich ja schon vorausgespielt. Das ist ja auch noch eine Sache. Ich bin schon so weit in Mafa 2, dass ich schon in der, dass die Dunes deshalb bin. Also, schon in den Vorzeit. Und, äh, ich will irgendwann auch mal Mafa 3 empfangen. Ich muss irgendwann auch mal, bevor es mir jetzt irgendwann mal weiter zukommt, aufhören, auch mal durchgespielt haben. Und, äh, das ist doof sonst. Ich möchte auch mal ein bisschen vor Ort kommen. Und ich möchte auch, ich möchte einfach auch selber spielen. Bist du? Ich will auch selber, auch Endless Nova Length eigentlich auch wieder spielen. Auch wenn wir da nicht, ich gerade in so einem beschissenen, äh, äh, Timergebiet sind. Hier, diesem komischen, wo die Luft, äh, knapp ist und so. Und, ja, ja, wie gesagt, ich habe auch schon wieder zwei Minuten, scheiße. Ähm, wir sehen uns dann bei den Togevers, wenn, äh, Rick nicht aufnehmt. Jedenfalls, äh, Final Fantasy. Markus, ähm, gucken wir mal, wann er zum Aufnehmen kommt. Das wird aber wahrscheinlich auch noch nicht so ewig sein. Ich rede dann nochmal mit ihm, wenn ich ihn mal erwäsche. Irgendwann mal. Der ist von dann auch nicht online. Ja, gut dann. Ähm, gut. Aber mit mir kann ich hin. Ja, dann, wir sehen uns dann beim Togevers. Auf Wiedersehen.